Shake it down! Ich nenne das ganze Gewinnspiel Zeddy's Big Picture und es ist eigentlich super einfach, ihr müsst einfach nur mit eurer Snapmatic Kamera richtig geile Bilder machen, also gebt euch da ein bisschen Mühe, fährt durch Los Santos rum, zeigt mir eure Glitched Outfits, zeigt einfach Funny Moments, zeigt einfach wie schön die Gegend um Los Santos ist, macht einfach ein paar schöne Fotos und bearbeitet. Und was ihr dazu machen müsst, das zeige ich euch jetzt, und zwar ihr geht mal auf Start und geht mal in eure Galerie rein, dort seht ihr alle Fotos, die ihr bereits gemacht habt und da sucht ihr euch jetzt einfach ein oder mehrere schöne Fotos aus, wo ihr denkt, dass ihr vielleicht gewinnen könnt. Dann geht ihr auf das Foto und drückt X, um das Ganze bearbeiten zu können. Jetzt müsst ihr einfach nur die Dreieckstaste drücken, um dem ganzen Foto neuen Titel zu geben und dort ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr Zeddy Big Picture einträgt, so wie ich das jetzt geschrieben habe. Weil wenn ihr das nicht macht, dann werde ich das Foto niemals im Social Club finden und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr da keinen Schreibfehler drin habt und dass ihr es genau so schreibt, wie ich es im Video euch zeige. Wenn ihr das dann habt, dann müsst ihr einfach das nur mit X bestätigen und müsst jetzt mit der Vierheckstaste einen Text einfügen und der Text lautet YouTube Zeddy. Wenn das im Bild dann drin ist, dann habt ihr eigentlich schon fast gewonnen, sag ich jetzt mal, also dann nehmt ihr auf jeden Fall mal teil. Ihr könnt natürlich auch YouTube Zeddy die Farbe noch ändern, die Schriftart ändern, die Größe ändern, ihr könnt es größer und kleiner machen, das spielt alles keine Rolle, es muss nur irgendwo lesbar sein. Und wenn ihr es dann alles habt, dann tut ihr das Ganze mal mit X bestätigen und dann nochmal mit X zum Speichern und dann habt ihr eine Kopie von dem Bild. Keine Angst, ihr löscht dadurch eure alten schönen Bilder nicht, dann müsst ihr einfach nur noch jetzt mit R3 das Ganze im Social Club hochladen. Wenn es dann oben hochgeladen ist, dann kann ich es nach ein paar Tagen sehen und werde mir dann die sieben schönsten Fotos, die mir am besten gefallen haben, auswählen und dann zusätzlich noch die drei Fotos, die die meisten Likes hatten. Also wenn da wirklich ein paar Fotos dabei sind, die wirklich übertrieben viele Likes bekommen haben, dann sind die automatisch auch in der nächsten Runde. Und dann habe ich einfach zehn Fotos, wo ihr dann entscheiden könnt, welches gewonnen hat. Also ich mache dann nochmal ein extra Video über die zehn schönsten Fotos quasi und ihr entscheidet dann in dem Video, welches dann gewonnen hat. Und natürlich gibt es da noch eine Kleinigkeit zu gewinnen für euch und zwar der drittplatzierte bekommt von mir einen 10 Euro Gutschein. Also den Gutschein kann er dann aussuchen, ob es dann Amazon ist oder PSN oder Google Play oder sonst irgendwas, was er halt haben möchte. Der zweitplatzierte bekommt von mir einen 20 Euro Gutschein und der Gewinner bekommt von mir einen 40 Euro Gutschein, den er dann frei wählen kann. Ich hoffe natürlich, dass euch das Gewinnspiel gefällt und dass ihr da ein bisschen mitmacht und aktiv seid. Würde mich natürlich tierisch freuen und da würde ich einfach mal sagen, ihr habt zwei Wochen jetzt übrigens Zeit, bis zum 6. November geht das Ganze. Und dort werde ich die Gewinner oder beziehungsweise die zehn Gewinner bekannt geben, wo ihr dann entscheiden werdet, wer davon gewonnen hat. So, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.